Heyo Leute, willkommen zu einer Runde Mario Party mit Freaks EP. Es rappelt im Karton, nein, guten Tag, hallo, es geht los, stoppe den Würfel, würfel eine Eins und denk dir, pick me! Du bist auch eine Eins, höll ich auch. Ja! Ey guck mal, du stehst vor mir, dreh dich um. Wo bist du? Na du Kitsch. Du bist da. Wie siehst du eigentlich aus, ey? Guck dich mal an, zieh dir mal was Vernünftiges an, bitte. Na du Kitsch. Na, alles klar. Wie sieht's aus, hä? Alles tut sie bei dir? Na, okay, sei weggeschoben. Schreck mal, ja. Mienenfeld. Mienenfeld? Wir müssen erst dann wieder komplett ausrasten. Yes. Alle Nachbarn zusammen brüllen. Yes. Ey, du scheiß Nachbar, ich hab das nicht geschafft. Oh nein, ich bin explodiert. Oh mein Gott. Nein. Oh Darling. Oh. Fail. Was hast du gemacht? Bin... So. So, fertig. Wie? Ich hab's geschafft, ohne zu exploden. Ich glaub, du explodest gleich, ey. Bin schwertig, ich bin mit dir. Also, das ist noch eine gute Chance. Da bist du, komm, du schaffst es. Ja. Du hast es noch geschafft. Woo. Woo. Mega geil. Jetzt fängt das wieder an. Wieso kommen die schon wieder mal hierher? Ach nein, Pausefeld. Wieso werden die übertragen? Ich werde vier fucking Felder zurückgesetzt, Alter. Er steckt mega auf. Alter, vier Felder. Also, in dem Spiel bin ich so am schlechtesten. Hey, ich bin mega gut. Ich bin der King. Ich bin King. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich sehe kein Becken. Ach, da ist es. Ich weiß nicht, wo das Becken ist. Oh Gott, die Waffel, Alter. Als ob ich die... Wo muss ich die... Ich hab die fast eins auf eins geschafft, ja. Ich hab die irgendwann mal ge... Nein. Das war so knapp. Ja, bei mir auch. Vor allem sehe ich nichts, wenn alle Leute da in mir sind, Alter. Jetzt sind alle in dir. But. Ja, da stehe ich auf. Geschafft. Nein, Justin, du Pisser. Komm schon. Nein, nein, nein. Das war gar nicht so scheiße. Nein. Ja, ich hab's auch geschafft. Komm, 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 komm. Ja. Nein, du Pisser. Alter, ich hab das noch nie geschafft. Doch, einmal. Alter, ich war... Das war bei mir richtig knapp, ja. Richtig knapp. Oh, mein zweites Mal geschafft. Alter, nein. Was? Nein, verrückt, hat's nicht geschafft. Doch, fast. Nein, Justin. Nein, nein, nein. Ey, bei mir in der Ecke war einfach gar keins. Ja, bei mir auch nicht. Ich war genau in der gegenüberliegenden Ecke. Ich bin einmal über die ganze Web gelaufen. So, ich reg den jetzt. Ise, komm her. Du kriegst das richtig einfach auf die Nase. So, pass auf. Guck mal hier. Wie war da verrückt, Alter, Jojo? Jetzt geht's Jojo los. Jojo, Alter. Oh Gott, da kommt jemand in die Ecke gerascht. Was ist los bei ihm? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mich fickt gerade so ein Panda-Typ. Panda-Man, du Ficker! Ach so, der, der irgendwie andauert... Ich barier ganz so ein bisschen rum, okay. Der, der andauert erster oder zweiter wird. Ja, der verarscht mich. Weißt du, der hat auf einmal so übertrieben krasses Equipment. Weißt du, richtig unnötig. Und ich hab einfach gar nichts gehabt. Nice, den nächsten gefickt. Wo ist er denn, der kleine Ficker? Den krieg ich auch. Justin, die kleine Ficklade. Wenn er nicht weglaufen würde. Ach da, warte mal, ich seh was weglaufen. Da bist du bestimmt. Ach da! Mein Just... Nice, den haben wir auch. Oh, kacke! Du bist bei 8, du hast auch den Panda-Swag. Wenn er noch nicht an dir ist, dann könnte das gut sein. Ja, jetzt. Schade, aber egal, ich hab drei gefickt. Ja, ich bin die Peach. Die Pitch. Hallo, ich bin übrigens die Pitch. Lieb euch alle so sehr, ihr seid alle so geil. Ihr seid alle so geil. Boah, ich bin, glaub ich, first place oder so. Und bei mir bin ich first place, deswegen, wir rennen wahrscheinlich alle ineinander. Oh, hier beholt mich grad einer. Was ist mit dir los? Vielleicht bin ja ich das. Ne, ne. Doch, das ist ne Peach. Ne Pitch? Du bist das sogar, du Pitch. Sag ich doch. Jetzt hast du mich überholt. Was ist mit dir los in den Arsch? Überlohlt. Überlohlt hast du mich. Ich glaub, du spinnst ja wohl. So. Ich schneid jetzt hier erstmal hart die Kurven. Und gleich fliegst du raus aus dem Map. Ach, Quatsch. Ja, es ist hier ziemlich schwer rauszufliegen. Ja, da ist es ziemlich schwer. Das Jump'n'Run hier ist ziemlich schwer, weil ich das nie hinkrieg. Echt? Ich glaub, da hab ich noch nie gefailt. Ich fail grundsätzlich mal den ersten Jump meistens. Deswegen bin ich jetzt auf zehn Felder zurückgeschmissen. Ne, bei mir bin ich noch erster. Ja, der andere hat dich glaub ich aber auch schon überholt. Gerade eben. Weiß nicht, also ne, bei mir noch nicht. Also wir rennen wahrscheinlich irgendwie ineinander oder so. Ja, ich bin aber trotzdem besser als sie alle. Weil wir das schon mal festgeklärt haben. Wow, Alter, das war knapp. Aber ich bin noch erster geworden. Also echt direkt, der ist so ein Millimeter hinter mir garant. So ein Block am Checkpoint bist. Nein, du musst durch diesen Schraub. Ich streife dann, weißt du, ich streife bei diesem ein, äh, bei diesem ein Tor einfach so einem Block und höre deswegen auf zu fliegen. Ja, ich liebe das auch. Ich liebe dieses Game einfach, weißt du, eigentlich finde ich die Lucha Fly gar nicht so schlecht. Aber der ist zweite, das ist sowas von asozial. Ich hab grad mal den ersten Checkpoint erreicht jetzt. Jo, wie tief ist das auf einmal? Und dann, dann geht's am Ende wieder hoch, ey, Justin. Du wirst es gleich merken, Alter. Das wird so assig. Oh, du hast einen Ring verfehlt. Oh, noch tiefer. Willst du mich verarschen? Und danach geht's dann direkt wieder hoch. Oh, ja, du hast einen Ring verfehlt. Oh, ist eh gleich vorbei. Wir sind gleich erlöst von diesem Scheißspiel. Was meinst du, wer wird erster, wer wird zweiter? Dritter gibt's gar nicht. Dritter gibt's gar nicht. Ja, aber guck mal, fast keiner kann dieses Spiel. Ja, das ist irgendwie heftig. One in the Chamber. So, jetzt kommen meine Skates wieder raus, Alter. Bei One in the Chamber. Jetzt verkack ich noch mehr. Ne, aber noch bin ich auf dem dritten Platz. Ja, ich, ich... Ich meine, dieser Panda-Typ, das fickt eh alle auseinander, weil der das wahrscheinlich den ganzen Tag suchtet. Eine in den Einlauf. Also, ich geb hier jetzt mal erstmal ein paar Leute so einen kleinen Einlauf hier. Vor allem den Panda. Schade, irgendwer hat mich geklecht, Justin. Wachst du das bestimmt, ne? Ja. Ich wusste es einfach. Das war ich tatsächlich. Ich hab mich dran vorbeigeschmissen, Alter. Was für eine Dummheit. Ja, du kriegst erstmal direkt was auf der Fresse. Ja, so, zack. Guck mal. Philipp und Dida. War das das denn? Was war das jetzt hier? Irgendwie funky ein bisschen. So, ganz klein bisschen funky war das gerade. Oh, ich bin auf dem ersten Platz, Alter. Ich hab zwei Punkte nur? Was ist da los? Heute verkack ich echt ein bisschen hart. Letztes Mal war ich so gut wie du. Ja, und da war ich so schlecht. Oh, ich hab dich übrigens gerade gereckt. Was war das denn jetzt? Was? Ich hab einfach komplett daneben geschossen. Und einer haut komplett auf mich ein. Zwei hauen komplett auf mich ein. Da war eine ganze Menge. Wir waren auch alle drin, ne? Ich hatte eigentlich gerade eben noch ein scheiß Ding hier. Ich bin in zweiter Platz gerade. Ach, Mann. Ich hab die Minagers AP vertraut. Ich kill gerade keine Leute mehr hier, ne? Ich schau dich jetzt tot. War aber ganz schön knapp. Ja, woher weißt du das überhaupt? Weil ich dich auch mega gut getroffen habe eigentlich. Ja, ich hatte auch noch ein Herz. Hallo? Hi. Was war das denn? Auf einmal kam da der Pfeil flogen. Scheiße. Justin, das war like a boss. Also like a boss. Yo. Was? Was? Ich wurde schon überholt. Das geht nicht. Nein. Was? Ja, er ist da. Ich war gerade auf zweiter Platz. Das kann nicht sein, Digga. Was ist das? Wie warst du jetzt? Bist du auf den vierten gerutscht oder was? Hast du gemacht? Ich glaube, ich hab... Ich hab aber am Ende auch... Da haben die richtig aufgeholt. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck, ey. Ich muss jetzt erstmal... ...ein bisschen Wasser trinken zur Beruhigung. Am Ende haben die richtig aufgeholt. Ich hab nur gewonnen, weil ich am Anfang so gut war, Alter. Weil ich da am Anfang alle weggeweckt hab. Ach Gott, ey. Noch null Felder bis zum Ziel. Ich hab schon gewonnen, ja. Was? Yeah! Erster! Uh! Ich bin drei über dem Ziel. Erster! Yeah! Welcher Platz bist du? Patrick? Ich bin Platz... Sex. Von sechs... Ne, von zehn. Oha! Oh mein Gott. Alter, wie viele auch immer leften, ne? Immerhin, ja, ja. Gut, dann würde ich aber mal sagen, das war's für dieses Video. Ja. Ja, vielleicht kommt ja bald nochmal eine neue Runde. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr mehr Mario Party sehen wollt. Gut, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Tschüss!